Musik 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 »Sinn da wieder am singen der... Hausmeister« Anna, warte. Warte. Anna, warte. Oh. Ah, there is a dark cloud hanging over your head. Eine schwarze Wolke über unserem Kopf. Und noch einen Speicher. So viel Heilung. Wir haben richtig viel Heilung mit Alan, ne? Mit Saga hat man eigentlich ziemlich wenig Muni-Knappheit und sowas. Was, den Erste-Hilfe-Kasten? Dann packen wir auch weg. Ich muss sie bewahren. Es ist aber ein entsetzliches Leuchtfeier in der Dunkelheit. Ein realistischer Tatort in einem U-Bahn-Tunnel. Ist das eine Rohfassung von mir? Es muss einer sein. Ich habe versucht, den dunklen Ort um mich zu formen. Aber vieles verschwimmt. Selbst meine Erinnerung. Weckgespült von dunklen Wellen. Doch manches bleibt. Die dunkelsten, übelsten Elemente. Wie der Tatort. Er ist mein Ziel. Ein Sprungbrett, um weiter vorzudringen. Und zu entkommen. Schreib eine Geschichte, die mich dorthin bringt. Casey wird mich hinführen. Zwei Schränke und nichts ist drin. Du brauchst Hilfe? Good luck. Der Zug versperrte mir den Weg, doch er war nicht ohne Grund hier. Er spielte eine Rolle. always innovate. Und zur Seite fällt mir das. Wして! Aber Blut! Ich eigens hätte Caustache in meinem Geburt. Wie kann ich dich... Gärt's, Du hab' oder was bist? Druckartig, dann sind das meistens Gegner Fortes Krieges Okay, es erhöht den Schaden der letzten Kugel Okay, warum? Ich kann nichts auswählen Was ist das jetzt? Zwei Worte? Okay, ich konnte gerade nichts auswählen Ist ja gut Schon wieder heil Ein Bleister zu Schreiben wir mal Die Geschichte neu Da war eine neue Idee Ein neuer Strang Dann ist der FBI Hat doch gerade einer geredet? Hier machen wir Mörderkult Jetzt kommen ohnehin die Gegner Mein Werkbärm entflüsste die Realität Das sind die Projektive Da hat der letzte Schuss aber gesessen Kurz nochmal, ob ich das jetzt benutzen kann Ne Hä, ist das jetzt Verpackt oder was? Vielleicht brauchen wir noch jetzt einfach mehr oder so Hm Er sagt in den Dingern ist Hilfe und so Sie war von der anderen Seite verspürt Und die sind alle bis jetzt leer gewesen Ab diesem Zeitpunkt wird die Geschichte des Kuls wahrlich verstörend Die Kultisten verfolgten die Fackelträger, die in den Tunneln lebten Sie sperrten sie dann in einem entgleisten Waggon ein Übergossen ihn mit Benzin und Naja Wie schön Dann wird eine Geistergeschichte daraus Es heißt, der dunkle Rauch des Feuers zieht noch immer durch die Tunnel Auf der Suche nach neuen Opfern In dieser Stadt gibt es kein Happy End Der Handlungsstang fühlte sich wichtig an Nutzbar für eine der gefundenen Szenen Yay, das hört sich ja alles sehr fantastisch an Gut, let's go Brennender Zug Und Geister Dieses neue Thema bringt mich tiefer in die Geschichte Krank und verworren Aber es funktionierte Der U-Bahn-Waggon war völlig ausgebrannt Ich konnte ihn durchqueren Mal schauen, ob es hier was Neues gibt Vielleicht liegt ja jetzt was hier drin Ah Tür ist auf Nein Und ab durch den verbrannten Zug Zug Alter Oh Chrisby Boah Der geht auch sehr langsam hier gerade Hier ist Silent Hill Scheiße Scheiße Nichts davon war real Alles gut Scheiße Boah Boah Du bist ja verrückt, ey Schnell rausheben Scheiße Besser Besser hätte ich es auch nicht sagen können Scheiße Nee Wieder unser Lieblingszeichen Wieder unser Lieblingszeichen Das ist ja Ich muss ja schon da drauf gucken Von oben Ah ja, das ist genau dahinter Vielleicht die Szene wechseln Die Handlung änderte die Details der Welt Das Ding ist immer noch vorne Ja, das ist immer noch Ich mach mal wieder verbrannten Zug Das war etwas aus einer Horrorgeschichte Aber ich musste weitermachen Wie soll man denn dahinter schauen? Boah, stört mich aber jetzt, dass wir da nicht drankommen Hier irgendwie Ich will irgendwie nicht gegenschießen Ich kann hier nix mehr leveln, ey, was soll das? Ich hab doch hier auch zwei mit einem Punkt gemacht Hier auch Nach dem Park muss ich mal wieder neu starten Vielleicht ist da wieder irgendwas Das ist mein Name Bitte verschwindet doch Keiner will euch hier Muss man da irgendwas machen? Der hat eine Waffe in der Hand Oh meine Fackel Ganz schön hell, ne? Wenn ich das jetzt war Ich mache mich weiter, wie es ist hier? Ich mache dich nur 11 Ich mache mich weiter Nö. Nö, war nicht umsonst. War nicht schlecht an. Vielleicht gibt es ja so einen Shop, so einen Typen wie bei Resident Evil 4. Dann können wir unsere Heilung verticken und dann können wir uns vielleicht neue Worte mitkaufen. Der Pfad war versperrt. Irgendwie musste ich weiterkommen. Die Lichter würden mir helfen. Ja, 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 ja. Machen wir sofort, Alan. Erstmal machen wir Platz. Ja, ja, ja. So viel mehr Platz haben wir aber jetzt nicht. So, das können wir uns auch stippetzen. Okay. Ist es da haunted? Haunted. Gejagt. Okay, was hat uns das jetzt gebracht? Ah, das ist hier auch was. Wir müssen hier auch wieder stippetzen. You lost. You lost. Oh, ja. Oh, ja. Keine Ahnung, wo lange. Durch den Tunnel oder hier ins Dunkle. Hier rüber. Ah. Nein. Nein. Ah, da ist Blut. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, meins, 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 meins. Irgendwie umso mehr Munition man hat, umso weniger findet man. Weil, eben hatten wir wenig, haben wir so acht, zehn Schuss gekriegt. Und jetzt haben wir so bei 20 kriegen wir so zwei, ein Schuss. So eine Kapazität hat in unserer Lampe hier. Dann hab ich nicht gesehen, was sich verändert wird. Dann hab ich nicht gesehen, was sich verändert wird. Ich glaub, die sind alle cool, oder? Hm. 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 Da hab ich ja gerade gar nicht gesehen. Portepistole. Kann ich ja eh nicht benutzen, ne? Ah, Mann. Portepistole. Aber einen Moment, ich geb da nochmal Licht rein. Kann ich da rein? Nee, kann man gar nicht rein. Gut, schadet ja nicht, weil wir was haben. Endstation. Gut, schadet ja nicht, weil wir was haben. Gut, schadet ja nicht, weil wir was haben. Der Widerhall schien eine Geschichte zu erzählen. Endstation. Handlungstafel. Gucken wir jetzt sofort. Gibt's nix. Was? Ey, das hab ich doch gefunden. Oh, da. Da war noch ne Batterie. Toll. 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 Warum zeigt er denn jetzt hier... Oh, dass da noch ein Wort ist. Schaff's doch. Aus dem Weg. Oh, jetzt werd ich aber ein bisschen mutig hier. So, da kommen wir dann nur von der anderen Seite rein, wenn das Licht aus ist. Oh, ich seh das nicht. Ne, der ist aber trotzdem zu. Oh, ich seh das nicht. Ne, der ist aber trotzdem zu. Die oder nicht? Ja. Wo ist denn hier ne Batterie? Wo ist denn hier ne Batterie? Ja, hier liegt sie doch. Oh mein Gott, muss man so Winkelberechnung machen, damit man ne Batterie aufnehmen kann. So, wieso kann ich da... Das hab ich doch geholt. Da hinten ist auch. Da komm ich aber nicht hin. Ich komm ja gar nicht auf die andere Seite, oder? Vielleicht kommt man da später hin oder so. Hm. Ja, dann schwitz ich mir mal das Licht. Vielleicht werden wir einen Szenenwechsel machen oder so dann. Hey, ja, ja, ich bin hier. Meine Fans, wuuu. Ich hatte eine neue Szenenidee. Oh, der Mr.FBI-Agent. Oh, der Mr.FBI-Agent. Und jede Menge Blut. Und hier eine Menge Blut. Jetzt drin ist irgendwas. was bringt uns hier anscheinend nix Mörderkult A sudden stop Mörderkult Man hat hier etwas gesehen, das ihn zur Flucht trieb. Ob das Beschwörungsritual wirklich etwas Übernatürliches oder die Massenpsychose völlig verklärter Spinner war, die Fakten waren klar. Der Kult beschäftigte sich mit Dingen, von denen man die Finger lassen sollte. Das Ritual war ein wichtiger Teil der Sache. Der Schlüssel, um den Tator zu erreichen. Undere Dinge hier offen. Dieses Handlungselement würde die Geschichte vorantreiben. Wackelträger wird zwar hier nichts bringen, aber nur damit ich es einmal probiere. Oh doch. Sieht auf jeden Fall etwas anders aus. Keine Infos aber. Hauptsache man hat es mal gesehen. Beschwörungsritual. Ich dachte jetzt kommt ein Gegner oder so. Oh. 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 Der ist glaube ich ein Gegner. Ich nachladen. Kann man sich auch bei den normalen Schatten hier heilen? Und ja. Ist ja nice. Ich bin der Gegner. Ich bin der Gegner. Ich bin der Gegner. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin der Gegner. Okay, die Nicht-Gegner-Schatten können auch so nach vorne flitschen. Also jeder mit einer Waffe in der Hand? Hm. Wie er hier? Wie er hier. Mal sehen, wie viel Muni wir jetzt kriegen, wenn er mal aufheben würde. Jetzt waren es fünf Schüsse. Hier zeigt aber, dass hier noch so ein Wort-Ding ist. Das hier zwei Worte an einer Stelle sind. Die hat das bestimmt nicht registriert, dass ich das Wort da genommen habe oder so. Hm. Wer weiß, vielleicht verpasse ich das eine auch. Ja. Egal. Ich bin dann mal weg. So viele Worte. Ich hoffe, das klärt sich, wenn ich das einmal neu starte. Das wäre echt kacke, wenn ich gar nicht mehr upgraden kann. Sobald ich vielleicht im Offline-Modus spiele, damit ich diese ganzen Benachrichtigungen so nicht habe oder so. Keine Ahnung. Awe. Das ist auch ein DLC von Control, glaube ich. Das hat auch was mit Alan Wake zu tun. Ah ja, die ganzen Spiele sind miteinander verwoben. Ist schon was cooles. Und wenn man halt nicht alle gespielt hat, dann verpasst man so einiges. Aber egal, das macht trotzdem. Also mir macht es richtig Spaß. Hey. Interessant genug. Das Gameplay und so ist gut. Sieht gut aus. Stimmt alles. Ich wollte gerade sagen, das ist gruselig. Mach doch. Das ist schon Lampe. Ich habe gedrückt. Nein. Hoffentlich nicht vom Speicherpunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, also war das wirklich ein Bug. Aber ich hatte doch noch ein Wort mehr, oder? Rektile, sorgt dafür, dass Elend von Feind. Machen wir so. Wir kommen ja immer ziemlich nah dran. Aber, ah, wir hatten auch noch ein Wort, ne? Das ist jetzt, ähm, oder? Ich meine, da war noch eins. Ich gehe mal kurz gucken. Ja, ich mache den Part auch ein bisschen länger. Das Sterben und Backtracking. Ja, der, hä, der zeigt aber hier noch an. Der zeigt hier noch das Wort an, obwohl wir es geholt haben. Me no likey dis. No, das haben wir schon. Hm. Vielleicht vertue ich mich da auch noch. Egal. Hey, wir haben drei Uhr. Oh, da war noch Rad X. Dann machen wir hier die Tür zu. Dann machen wir. Wir sind eben nicht da hochgegangen, ne? Wir sind hier gegangen. Jetzt ist hier keiner. Hm. Oh, doch, 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 stimmt. Da war der. Oh, 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 oh. Oh. Ich schreibe die Worte in den Hals. Also, dass unser Schuss 50% mehr Schaden macht, der letzte, habe ich jetzt nicht gemerkt. Hier ist nicht mal was. Oh. Wir wussten nicht nur die Kultisten die Tunnel. Versteckte Zeichen führten zu geheimen Routen. Ich hörte bei den Feuertunneln immer wieder Geflüster über eine geheimnisvolle Untergrundorganisation mit geheimem Wissen. Typisch New York. Alles geheim. Bitte lass uns schauen. Ja. Ich hab bitte gesagt. Oh, unsere Muni ist echt knapp, ne? 5 Schuss. Ah. Wie schade, dass wir in unserem Schuhkarton nur Heilung haben anstatt Muni. Soll ich jetzt noch mehr draufpacken? Gut. Das ist perfektes Timing, um zu speichern und das Spiel nochmal neu zu starten. Oh, noch hier? Cool, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Lass Jill nicht zu lange warten. Klick doch hier für das nächste Video. Und vielleicht ein Abo dalassen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.